Betritt die Burg Vaders und hindere den Kult daran, ihr die Macht zu entziehen. Versuch, dich wieder mit Kyle zu treffen. Lange Pause nach einem Komma. Nichts, womit ich überfordert wäre. Gut, ich hatte ein wenig Ärger, aber ich bin gleich oben in der Kamkammer. Ja klar. Ui, hier war der Gegner. Ich frag mich, wieso das in vielen Jahren hilft. Das wird... Schluss jetzt. Elendes Rumgeblöde da ständig mit den Leuten. Ja, viel Auswahl habe ich hier gar nicht, wo ich hingehen könnte. Der Meister kehrt zurück und führt sie bald zu Ruhm. Der eine sagt, es ist ein Jedi, der andere, ist es einer von uns? Ist es ein Jedi? Ist es einer von uns? Warum nicht beides? Oh, das wäre schön gewesen mit dem Einschlag. Beide erwischt hätte. Die halten ganz schön viel aus. Die haben jetzt zwei volle Wellen von meinem Blitz abgekriegt. Das ist immer die beste Art zu sterben, wenn ich mit meinem Schwert nach einem Schlag weggehe. Macht das anscheinend auch minimal Schaden. Aber genug, um ihn zu töten. Was ich auch testen sollte. Ich habe jetzt ja Macht-Würrgegriff 3. Ob das... Warte, 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 ich muss es auswählen. Warte. Okay, ich habe gemerkt, ich kann sie damit langsam töten. Aber da wird die KI nach einer Zeit wahrscheinlich sagen. Nein, stopp. So einfach dann auch wieder nicht. Ist aber so fair und bleibt nach dem Wirrgegriff erstmal stehen. Okay, ich mache sie fertig. Wow, wow, kommt super bei mir. Ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, die sind eigentlich schwerer als die anderen, aber wow. Reicht das? Das ist meine Visitenkarte von der... Jedi-Mech-Blitz-Ableiter, Dingsbums, GmbH, Koka-G und AG. Ja, ähm... Ich weiß nicht, wie kommen die eigentlich immer auf die Idee, dass... Also, ich habe schon Jedis davor gehabt. Die haben mich nicht aufgehalten. Oh, da mag ja aber jemand das Bild von dieser Frau. Die war auf Coruscant ja auch. Direkt gegenüber von meinem Bild, von meiner wunderschönen Wenigkeit. Dieses wunderschöne Anglitz. Oh, das wäre es gewesen. Hat das jetzt überhaupt getroffen? Das kostet nämlich 50. Das kostet nämlich 50. Macht's, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Man erwartet uns oben im Thronraum. Okay. Wo? Ach, du bist diese... Ja, hör auf, um zu nerven. Wo bist du? Kann mich jetzt hier nicht auf Blaster abwehren. Konzentrieren. Ach, den einen habe ich gleich weggeklatscht. Und der ist der Machtbenutzer. Von den beiden. Und eigentlich können ja die, die die Macht selber benutzen, äh, sich besser dagegen verteidigen. Oder denke ich da jetzt falsch. Ist auch zum Thronsaal. Wo wir dann wahrscheinlich... Wow. So, erstmal dein Meister tot. Äh, dein Schüler. Und jetzt bist du dran. Wow. Ja, es ist schon fast zu einfach, ne? Aber ich kann jetzt im Nachhinein die Schwierigkeit nicht mehr hochstellen. Und wer weiß, vielleicht wird es ja auch nochmal deutlich schwerer. Oh Gott, der hat ja null Leben. Mehr damit, wenn ich dich töten kann. Warte, warte, warte. Stirb, stirb. Oh, endlich. So, ähm, wo waren wir beide? Ah, ja, genau. Ich war dabei, dich zu töten. Fast vergessen. Jo. Gut. Was gibt es hier so tolles? Wo kann ich hin? Alle Türen sind zu. Muss ich jetzt auf Kyle warten, oder? Er hat gesagt, er kommt gleich. Ah, was haben wir denn hier? Schön. Der volle Schilde. Man muss kurz speichern. Man weiß nie. Äh. Kann ich da irgendwas... Irgendwas machen? Kann ich den aktivieren? Oh, schade. Ich hoffe, ich kann jetzt den Thai-Bomber da draußen aktivieren. Und er fliegt dann einfach los. Aber irgendwie kann ich hier absolut gar nichts machen. Ich kann da auch nicht hochspringen. Das ist doch ein Ticken... Ah. Ich würde sagen, zu hoch, wenn ich nur eine Kiste oder sowas hätte. Was war denn das? Das ist jetzt schon der Zweite, der stirbt. Aber der andere ist wenigstens von einem Zug runtergesprungen. Oh man, das ist aber peinlich. Doch. Ah, endlich mal einer mit einem neuen Schwertziel. Ich bin stärker als du. Autsch. Das ist toll, aber an dem Doppelschwert ist nämlich... Die Verteidigung ist deutlich größer. Wie gut bist du denn wirken? Und beim Doppelschwert ist, glaube ich, die Offensive besser. Irgendwie sowas. Okay, der lässt nicht mit sich rumspielen. Stirb. Ja, kann ich auch. Ich glaube, die Abwehr am Fuß funktioniert nicht so richtig. Aber vieles von dem, was ich hier erzähle, ist noch aus Multiplayer-Zeiten von mir. Das stinkt hier irgendwie nach Arena-Kampf oder sowas. Nein, hier gibt es keine Drogen. Warte, 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 warte. Ich kann das auch, ich kann das auch. Oh, das ist bald ab. Ab und zu muss man da doch mal das Schnittschwert stecken lassen. Und einfach mal auf die gute, altmodische Art und Weise kämpfen. Außer das sind diese Wix-Roboter. Halt, war der falsche Stil. Halt, war immer noch der falsche Stil. Geh kaputt. Ja, hier habe ich auch wieder das Problem. Will ich angreifen. Und die machen einfach ums Verrecken ihr Schild nicht runter. Wenn ich da gerade im perfekten Anschlagwinkel bin. Ja, und jetzt noch einmal. Wow. Jetzt wollte ich eigentlich auch von oben runterschlagen. Aber er war wahrscheinlich nicht immer noch im Verteidigen-Modus. Wow. Okay, das ist neu. Also, bei den Gegnern. Wow. Wow. Ja, die sind halt auch, das sind Roboter, ne? Na, denen ist das scheißegal, wenn ich die treffe. Holy shit. Hör auf. Wow. Die sind auf jeden Fall auf Töten ausgelegt. Weg. Weg. Wow. Einige Scheiße, die sind jetzt schon drei Treffer ausgehalten. Wow, und für den letzten habe ich jetzt aber wahnsinnig viel Leben verloren. Ja, hoffentlich bleiben die eine Seltenheit. Das waren jetzt wirklich mal die ersten Gegner, bei denen ich richtig Probleme gekriegt habe. Aber nur, weil die einfach gnadenlos auf mich drauf gerannt sind. Was mir das mit dem roten Lichtschwärtsziel ein bisschen schwer macht. Weil der Charakter die ganze Zeit ausweichen möchte. Ist das euer fucking Ernst? Ist das euer fucking Ernst mit nem fucking Blaster? Meine Fresse. Ich warte immer noch drauf, dass es irgendjemand bei dem ersten Schlag... Wow. Ja, die können dann solche Sachen. Ich kann sowas. Wow, 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 wow. Interessant. Jetzt weiß ich wenigstens, wie das funktioniert. Der macht das jetzt nämlich genauso mit diesem Burning Rage, oder wie das immer heißt. Das heißt nicht Burning Rage, das heißt irgendwo in einem anderen Spiel, so. Autsch, Autsch, Autsch. Ja, nee, ist klar, ne? Irgendwann, wenn ich C drücke, dann macht er es nicht. Stöpelt's endlich. Nein, bist du nicht. Doppel Lichtschwert nervt nur mehr als Einzellichtschwert. Oh nein. Er war doch nur missverstanden. Jeder hat mal seine Phasen. Warte, warte, kann ich auch? Ich habe jetzt ein bisschen Angst gehabt, dass er die Macht verwendet, aber... Ich glaube, das sind noch Auszubildende, weil das macht überhaupt keinen Sinn, wie die kämpfen. Ich spüre dich auch, Jedi. Ah, die mit dem Einzelnen nicht schuldig sind ein bisschen vorsichtiger beim Ausweichen. Ich habe jetzt zwar Leben entzogen, aber irgendwie hat das nicht so viel Schaden gemacht, wie ich gedacht habe. Außerdem habe ich überhaupt Leben zurückgekriegt. So, schön die Beine weggesäbelt. Echt, die von unten. Das läuft so aus dem Handgelenk raus, ne? Äh, ja doch, passt. Ich habe ja immer den Drang, im Kreis zu laufen. Ich werde schon total paranoid, wenn ich den gleichen Raum nochmal betrete. Und das heißt, von einem anderen... ...anderen Perspektive. So, der hat jetzt Doppel Lichtschwert. Hast du Angst vor mir? Die können ein paar richtig coole Moves. Wow. Das gehört übrigens zu den Attakten, die einen tatsächlich töten können. Also gleich beim ersten Mal töten. Aber ich glaube, in dem Spiel her haben die das Blocken deutlich verbessert, weil... ...wenn hier die Outcasts wäre ich mit Sicherheit schon verreckt. An irgendeiner Stelle. Hier kommt wahnsinnig viel... ...Zeug an dieser Stelle. Mal Quick-Safe machen. Ach, wen haben wir denn da vorne? Du kleine Verrätersau. Die Laufanimation ist zum Wegschmeißen, echt. Ich spüre deine Gegenwart, Jaden. Rush, was machst du denn hier? Die jünger Ragnos brachten mich hierher. Erst dachte ich, sie wollten mich töten, aber ich habe sie falsch eingeschätzt. Die sind eigentlich voll cool. Spürst du, wie viel Macht in der dunklen Seite steckt? Kyle behindert uns. Jaden, du solltest diese Kraft spüren. Das übersteigt jede Vorstellung. Rush, was redest du da? Du bist ein Jedi. Nein. Nein, ich... Genug Gerede. Rush, vernichte diesen Jedi, damit wir unsere Aufgabe erfüllen können. Wieso kommst du nicht her und machst es selber, ha? Wenn du zu schwach bist, dich uns anzuschließen, Jaden, dann darfst du uns nicht im Wege stehen. Was, was willst du denn überhaupt, du kleiner Witzbold? Da, gibst du mal einen ordentlichen Machtplitzen in die Fresse. Doch. Ja. Warte, wo bist du? Ich habe das Gefühl, ich muss euch zuerst töten. So, jetzt sind wir beide dran. So, kleiner Pseudo-Kong-Fu-Meister. Kennst du... Achso, ich kann jetzt gerade nicht. Ja, du bist so schwach, dass du von mir voll auf die Fresse gekriegt hast, du kleiner Pimmel. Ey, Süße. Heute Abend schon was vor. Du hättest mich töten sollen, als du die Chance dazu hattest, Katarn. Komm, dein jämmerliches Jedi-Mitleid ist eine Schwäche, die dich dein Leben kostet. Und das der Akademie-Schüler. Man merkt schon, die Kammer hat einen besonderen Aspekt darauf, ihren Körper zu zeigen und nicht ihr Gesicht. Komm. Ja, Tavion. Rush, nein! Ja, guck, man kann es eben nicht verübeln, ne? Das sieht schon gut aus. Eure kleine Freundschaft kann es nicht mit der Kraft der dunklen Seite aufnehmen. Das oder mit der Tatsache, dass sie Brüste hat. Auch Kai Katarn hat einen Sexy Buddy. Verschon mich damit, du selbstgerechter Katarn. Du magst mich gedemütigt haben, als du mich am Leben gelassen hast. Aber dann habe ich das gefunden. Jetzt habe ich einen neuen Meister, der mir alle Kraft versprochen hat, um dich und alle Jedi zu vernichten. Wie schon 10 Millionen vor ihr? Was kann dir ein toter Lord der Sith geben? Das, was ich schon immer wollte. Aber du wirst das nicht mehr erleben. Und was ist das? Nein, mein Lichtschwert. Mein Lichtschwert. Ihr Penisse. Hätte jetzt auch einfach auf die Seite schmeißen können, oder? Ich merke schon, ich denke zu einfach. Wir haben uns befreit und überall umgesehen. Doch Tavion hatte sich Rosh geschnappt und war geflohen. Jetzt wissen wir, wer diesen Kult anführt. Aber das erklärt noch nicht, wieso sie so viele Anhänger der dunklen Seite haben. Ein paar von die Sarns Wiedergeborenen waren bei ihr. Und bezüglich der Kult-Anhänger hat Jaden eine Theorie. Wenn das Zepter die Macht speichern kann, kann es sie vielleicht auch freisetzen. Tavion könnte damit ihre Anhänger... Also auf die Idee wäre ich überhaupt niemals gekommen. ...der dunklen Seite der Macht. Das würde viel erklären. Konntest du dir das Zepter ansehen? Ja, es gehörte wohl Ragnos. Wir werden rausfinden müssen, was Tavion damit vorhat, wenn wir sie stoppen wollen. Einverstanden. Wir können sie auch einfach wegnehmen. Während wir versuchen, Tavions nächsten Schritt zu erahnen, möchte ich, dass du eine aktivere Rolle an der Akademie übernimmst. Geil. Sir, Jaden, du hast auch wie June ausgesprochen überzeugend agiert. Um sich drei dunklen Jedi zu stellen und sie zu besiegen, braucht es Tapferkeit und Talent. Und vor allem den Machtblitz. Ich denke, du bist bereit, dich ab sofort Jedi-Ritter zu nennen. Glückwunsch. Ja, Meister Skywalker. Vielen Dank. Jaden. Nach dem Kampf spürte ich den Hass in dir wachsen. Du magst jetzt ein Jedi-Ritter sein, doch musst du dich vor der dunklen Seite hüten. Ja, Keil, ich werde dich nicht enttäuschen. Außerdem muss ich die dunkle Seite vor meinem Machtblitz und meinem Schwert hüten. So, jetzt haben wir nämlich erstens hier, glaube ich, neue Schwertgriffe zur Auswahl. Nein, haben wir nicht. Okay, die sind alle nämlich lahme, arschig, langweilig. Also, ich könnte jetzt entweder Einzelschwert und den finalen Stil, nämlich den schnellen Lernen. Ich kann zwei Schwerter machen. Extrem cool. Oder ich mache ein Doppelschwert. Und da ich zwei Schwerter schon genommen habe, Standardschwert hatte ich bei Jedi Outcast und Doppelschwert ist einfach auch verdammt cool, werde ich mal das nehmen. Jetzt müssen wir nur noch einen passenden Griff wählen. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne? Das ist ein bisschen langweilig, ein bisschen lose. Das sieht aus, als hätten wir irgendwie so Copy und Paste gemacht, so oder einfach mal spiegeln. Das sieht aus, als wäre es einfach aus einem Haufen Müll gemacht. Ja, das sieht ein bisschen... Da gefällt mir das Ende, da wo der Strahl rauskommt, nicht. Da fehlt mir so der richtige Übergang. Ich glaube, ich werde den Hüter nehmen. Schwertfarbe, blau, langweilig. Grün hat auch schon jeder gesehen. Wir sind nicht Mace Window. Also haben wir noch Gelb und Orange. Und Gelb ist auch irgendwie langweilig. Ja, ich bin echt ganz zufrieden damit. Da du nun ein Jedi-Ritter bist, haben Luke und ich entschieden, dich auf anspruchsvollere Missionen zu entsenden. Sei aber vorsichtig. Gefahren lauern überall. Okay. Kultkontakt. Kultarmverrichtung. Diebstahl der Macht. Waffenvernichtung. Yeah, Waffenvernichtung. Es sind Informationen über einen großen Vorrat alter Waffen bekannt geworden, die in der Öde von Ort Mantell versteckt sind. Zerstöre die Lager. Zerstöre die Lager, damit sie nicht in die falschen Hände geraten. Aufzeichnungen aus der Zeit der Rebellion lassen darauf schließen, dass es sieben an der Zahl in den Ruinen der Stadt sind. Ja, wir müssen schlussendlich sowieso jede Mission mal machen. Das sollte leicht werden. Platzier ein paar Ladungen, genieß das Feuerwerk und komm zurück. Also kann ich dieses Blöde hinlegen. Ja. Der Jedi kann einer anderen Person die Lebenskraft entziehen und diese selber nutzen, wenn er physischen Kontakt hat oder in der Nähe steht. Aus der Distanz kann mehreren Personen gleichzeitig die Kraft entzogen werden. Jetzt probieren wir mal. Ich hoffe jetzt mal, dass Machtentzug wirklich nicht so scheiße ist, wie er es sich bisher herausgestellt hat. Und das da und das da. Die eine Waffe ist einfach so OP mit dem fetten Strahl. Warum also nicht? Cool. Und das erste ist schon gemacht worden in einer Cutscene. Scheint doch relativ einfach zu sein. Lustig ist, wenn die Gegner das machen, ist es gefährlich und voll scheiße. Wenn ich das mache, vollkommen okay. Vor allem die Teile sehen eher nach Gaswaffen aus, als nach Sprengwaffen. Und für so eine kleine Explosion so ein Riesenteil. Jo, wen haben wir denn hier? Oh. Das sind nicht die Waffen, die du suchst. Das kann ich leider nicht. Ja. Also, wir haben jetzt... Können wir nicht einfach darüber reden? Ich glaube, man kann ihn gar nicht besiegen. Deswegen werde ich einfach weitergehen und schauen, wo die Waffen hier sind. Also, die Laufanimation wird auch mit dem Doppelschwert nicht besser. Aber zwei Lichtschörder zu nehmen ist irgendwie ein bisschen lame. Einfach mal hier rein, oder? Ja. Ja, also. Mein Riecher. Mein Riecher. Der führt mich immer auf den richtigen Weg. Er führt mich zwar zehnmal an den falschen, aber schlussendlich bin ich am Ende angekommen. Yo. Ich gebe dir jetzt einen guten Rat. Hör auf, sonst kriegst du meinen Machtblitz in die Fresse. Okay. Sei froh, dass du einen Jetpack hast. Sonst wirst du jetzt nämlich so auf die Fresse geflogen. Oh. Da ist ja verschlossen. Da aber nicht. Ich merke schon, jetzt werde ich dann erstmal ewig rumrennen und versuchen rauszufinden, wo die restlichen sind. Wie viel habe ich denn noch? Ah, interessant. Eine Karte. Jetzt habe ich bloß nicht aufgepasst, wo ich hingegangen bin. Ich bin... Ja, wo bin ich denn gerade? Ich bin da gewesen, oder? Jetzt laufe ich gerade hier dieses Teil hoch. Und jetzt müsste da gegenüber, da bei der Tür, müsste jetzt ein... Ich springe einfach mal. Okay. Ich bin davon ausgegangen, dass es ist vorgesehen, dass das kaputt geht. Ich bin einfach rum zu nerven. Nerf nicht rum. Ich glaube, man kann das Lichtschwetter aber nicht mehr schmeißen, oder? Muss ich es dafür bloß... Irgendwie kann man nur eins... Ah, genau. So. Kämpf. Kämpf wie ein richtiger Boba Fett. Ich muss mal schauen. Der andere ist jetzt dann da vorne um die Ecke. Holy shit. Dann kann ich gleich mal Lebensentzug einsetzen. Ja, hat ein bisschen geheilt, aber... Wenn ich jetzt einen Amazon-Review über den Machtblitz geben würde, würde ich sagen, die Lieferung hat eindeutig zu lange gedauert. Und das Ergebnis ist alles andere als befriedigend. Ich glaube, man kann ihn kurz loswerden. Aber er trifft mich sowieso die ganze Zeit nicht. Also warum mir die Mühe machen? Eine recht entspannte Mission. Mal abgesehen davon, dass ein absoluter Spinner hinter mir her ist. Einmal. Direkter Treffer. Direkter Treffer. Direkter Treffer. Also wenn drei direkte Treffer von dem Ding nichts tötet, dann weiß ich auch nicht. Ja, ist jetzt, glaube ich, erstmal kurz verschwunden. Und jetzt fehlen noch die anderen drei. Ja, so eine Karte wäre eigentlich nicht schlecht. Immer. An der Stelle muss ich auch wirklich mal sagen, ich warte immer noch darauf, dass mal wieder ein richtig gutes Jedi-Spiel kommt. Also über den Lauf der Jahre hinweg bin ich jetzt dann weg von RPGs. Ich habe manchmal einfach keine Zeit. Beziehungsweise ich möchte mir dafür nicht die Zeit nehmen. Die Dinger sind zwar wunderttoll. Ich spiele auch immer noch gerne Final Fantasy IX und X. Aber das liegt wahrscheinlich überwiegend auch daran, dass ich halt weiß, wo muss ich hin. Und das ist bei vielen alten Spielen vor allem halt nicht der Fall. Es ist auch schwer zu sagen, ach ja, hier habe ich gespielt. Ähm, hier war ich. Und jetzt muss ich das machen. Es gibt kein Quest-Lockbuch oder so. Da ist auch das, äh, von Majora's Mask, äh, die Variante eigentlich sehr nett. Wenn man keine Ahnung hat, was man macht, dann macht man einfach irgendwas, weil... In dem Spiel kann man eigentlich nicht, äh... Jetzt muss ich schnell schauen, wo ich gerade bin. Ich bin da. Keinen falschen Quest anfangen oder einen Quest anfangen und dann nicht mehr wissen, wie es... Wo ich dann hin muss, weil ich kann einfach... Jetzt muss eigentlich hier sein, oder? Ja. Weil ich kann einfach, komm, zur Not die Zeit zurückdrehen. Wow. Scheiß Flamme, das ist echt fickig. Ja, ich habe jetzt von diesem kurzen Saugen, habe ich jetzt neun gekriegt. Ich hätte stattdessen jetzt den Punkt in hier die Heilung reinsetzen können. Und hätte dadurch deutlich mehr gehabt, als von dieser Scheiße. Also das ist wirklich absolute Grütze. So wie ich es jetzt einsetze. Muss man an der Stelle auch sagen. Gehren sie zu ihrem Schiff zurück. Ja, das war ja Pipi einfach. Besiegen sie, Boba Fett, und dann kommen sie. Oh. Komm her, komm her, komm her. Ah, tut weh, ne? Das tut hier, das tut auch weh. Wow. Bam, voll in die Fresse. Tja, kein Kopfgeld. Musstet ihr wohl was Einfacheres suchen? Du hast also Boba Fett getroffen? Ich bin beeindruckt. Einmal auf Coruscant stolperte ich über ihn und kam nur knapp mit dem Leben davon. Den will man nicht als Feind, aber jetzt haben wir beide was gemeinsam. Nur, dass ich ihm den Arsch versuhlt habe und er von mir weggelaufen ist. Ich habe Tavians Vorgehen in den letzten Monaten verfolgt. Sie scheint das Zepter von einem Sammler auf Commander zu haben. Sie hat ihn einfach getötet. Du bist ein Mann,icht? Dein Hab zur Geist. Und ich habe damit er die Erfahrung coisas zu haben.